So, Hallöchen, da bin ich wieder zurück bei Blades of Time. Leider Gottes ist die Aufnahme wieder ein bisschen später geglückt, als eigentlich gewollt. Wir haben heute Mittwoch und gestern wollte ich schon aufnehmen, also am Dienstag, wo ich sie nicht hochladen wollte. Also Dienstag kam natürlich kein Blades of Time Video, weil ich mal wieder zu faul war, direkt ihn weiter aufzunehmen nach der letzten Aufnahmesession. Weil ich da auch gesagt habe, jetzt nehme ich gleich danach noch weiter auf und dann habe ich es doch nicht gemacht und jetzt haben wir den Salat. Und jetzt durfte ich wieder von neuem anfangen aufzunehmen und jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, wo es eigentlich nochmal, was es nochmal ging. Also es ging hier um irgendeine Mechanik, die wir glaube ich machen sollten. Also hier sind irgendwie so vier Kabel und so. Also man sieht schon, ich bin der geborene Elektriker. Okay, komme ich da irgendwie hoch? Tja, mach's nach. So, okay, was haben wir hier? Wir haben hier... Ach du Scheiße. Tada! Tada! Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ich mache es einfach mal, weil ich es kann. Tada! Nö, ne? Ah ja! Ich glaube, jetzt glaube ich macht es Sinn. Ach so, andersrum jetzt, oder wie, oder was? Da, bitte, 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 bitte! Nö, okay. Dann vielleicht mit dem Ding da drüben. Ich habe keine Ahnung. Alter Schawede. Äh, und so vielleicht? Hä? Hä? Äh, also man sieht, ich bin eindeutig, äh, ein Elektriker. Ich habe da zwei Dinge, die verbunden sind. Okay. Das haben wir richtig gemacht. Und die sind über Kreuz. Das ist doch im Endeffekt genauso. Ach. Ne, doch nicht. Hä? Ich bin doof. I don't know. Das Ding da hinten leuchtet jetzt. Okay. Bäh. Es leuchtet immer noch. Okay, okay, okay. Dann vielleicht bei dem da. Okay. Ich raff das nicht. Och, Manu. Ja. Ich bin so schlau. Okay. Also, nochmal von Neuem. So. Äh. Boah. Er schreckt mich nicht so. Vielleicht, aber auch vielleicht nur vielleicht. Hier. Nö. Da passiert nix, ne? Ja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Tja, ähm. Wäre ja auch zu schön gewesen. Haha. Irgendwie ist das echt komisch. Ohne Witz jetzt. Ich raffe gerade... Ich habe doch vorhin, sage ich schon. Ich habe doch das letzte Mal schon so ein Rätsel gemacht. Und da habe ich auch nicht gerafft, wie es ging. What the fuck? Geht es noch höher vielleicht? Oder? Ne, sieht nicht so aus. Okay, gut. Ganz ehrlich, wie geht das? Ich habe keine Ahnung. So. Bäh. Ich glaube, jetzt hätten wir nochmal Amok. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber... La la la. La la la, la 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 la. La la la, la la la. Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, wir machen das nochmal vom letzten Kontrollpunkt aus. Damit ich mal eben schauen kann, wie ich das gemacht habe eben. So, okay, nochmal von vorne. Jo. Das kennen wir vom letzten Mal. Ui, so. Aller Hopf. Das bekommen wir jetzt hin. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Die Verkabelung, die bringen uns vielleicht was. Wenn wir da ein bisschen drauf achten. Scheiße. Ah, Mann. So. Du, 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 du. Come on, you can do it. So. Bäh. Alles klar. Also hier, das hier ist nicht verkabelt. Aber das hier ist verkabelt. Das verkabelt, das führt hier lang und ist hiermit verbunden. Ach, du Scheiße. Also, das Kabel dahinten, das führt noch zu dem da hinten. Ja, das ist richtig. Die beiden sind miteinander verbunden. Und zusätzlich ist noch das Ding da hinten mit denen verbunden. Scheinbar. Also, ich habe keine Ahnung, aber... Ups. Jo. Okay. Dieses ist wiederum mit... Äh... Dem verbunden. Ja, gut, okay. Und dem. Also sind die drei schon mal miteinander verknüpft. Das ist super. Okay. Nächstes. Das hier ist mit... Mit dem. Und... Dem da hinten. Ups. Upsa. Buff. Okay. Langsam macht es Sinn. Und buff. Ja, haha. Mensch. Langsam sieht es noch was aus. So. Jetzt sind eigentlich alle miteinander verbunden. Außer die beiden, die gar keinen Schalter haben. Äh, die gar keinen Kabel haben. Das probiere ich jetzt auch mal mit denen aus. So, das leuchtet jetzt auf. Lululu, ich liebe Äpfel mehr als du. Lululu. Lululu. Und buff. Äh, nö. Okay. Äh, das ist zwar noch nicht ganz alles scheinbar. Vielleicht sind ja ein paar Kabel locker und ich muss die irgendwie dranstecken oder so. Kann das sein? Weil die beiden Dinger, die sind ja jetzt noch gar nicht dran. Könnt sein, dass es Schwachsinn ist, aber ich probiere das mal aus. Ui, so. Gucken wir mal. Hier unten rum. Ich denke mal, die zweite Etage hier wird es schon nicht ohne Grund geben. Vielleicht hängen hier irgendwelche Kabel locker rum. Man weiß ja nie. Äh. Keine Ahnung, bringt das was? Weil es wurde ja auch gesagt, dass wir die Kraft von diesem Baum hier ziehen. Aber scheint nicht so zu sein, ne? Ich glaube, ich muss einfach nur ein bisschen rätseln. Bäh, ich hasse Rätseln. Put, 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 put. So. Also, du leuchtest jetzt. Und jedes ist miteinander verbunden, außer die beiden letzten. Okay, aber... Hm. Ich bin auf jeden Fall schon mal weitergekommen, aber... Das nützt mir nichts, wenn ich trotzdem jetzt hier nicht das letzte rausbringe. Ist jetzt doof. Kann ich auf den Baum drauf springen, vielleicht? Ah, natürlich nicht. Okay. Hm. Ich wusste, dass da ein Haken dran ist. Meine Fresse. Ähm. Tja. Ähm. Ich glaube, das ist ein guter Augenblick, um sich das Offscreen bei irgendeinem Gameplay anzuschauen. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt hier drei Stunden rumzusitzen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Ähm. Ich setze mich eben mal schnell an einen kurzen Walkthrough und schaue mal, wie das da weitergeht. Äh. Bis gleich. Bis gleich.